hallo liebe abonnentinnen und abonnenten hallo liebe zuschauerinnen und zuschauer ohne abo und ein besonderes hallo an diejenigen unter euch die sich auch für meinen garten interessieren heute geht es nicht so sehr um den garten sondern um die ernte im gewächshaus habe ich die salatgurken jetzt schon fast alle geerntet ich habe nur noch also von den fünf die ich mal hatte habe ich jetzt noch drei pflanzen übrig weil irgendwie hatte ich es nicht geschafft mit dem gießen mit der luftfeuchtigkeit war der wurm drin oder die spinnmilbe oder einfach vertrocknet keine ahnung aber die drei die jetzt noch da sind die haben wieder schöne triebe entwickelt und die gurken sehen nicht mehr ganz so gut aus die zeige ich jetzt also hier nicht in die kamera denn man will ja mit seiner ernte auch ein bisschen prallen dafür haben die gewürzgurken jetzt gut angefangen und normalerweise endlich die wenn die so in dieser größe sind da kann ich die gut verarbeiten ich kann hier auch noch ein bisschen kleiner wenn ich sie ganz ins glas tun will nehmen aber es kommt auch mal vor dass ich eine gurke übersehen und die sieht dann so aus nur mal zum vergleich ja ich glaube die sind doch noch von derselben pflanze jedenfalls ist mir die dermaßen in ins je länger je lieber gerankelt dass ich die gurke nicht gefunden habe und ich gesehen hatte und dann als sie dann so groß war habe ich mich nur gewundert na nun was hängt denn da im je länger je lieber ja eine gurke so was ich damit mache weiß ich noch nicht vielleicht kann man hier zu einer senfgurke verarbeiten als senfgurke einlegen keine ahnung auf jeden fall habe ich weil ich jetzt so viel gurken tomaten und anderes zeug habe mir ein buch gekauft zum haltbar machen und das heißt auch noch haltbar ist von der ihren geschrieben und beschäftigt sich sehr mit fermentieren allerdings ist auch käse produktion und sowas da drin und da ich mir gerade mich kefir bestellt habe werde ich vielleicht auch mal in die käse produktion einsteigen jedenfalls sind hier super rezepte drin eigentlich hat mich meine schwägerin draufgebracht mit dem fermentieren die war da und brachte ihr eigenes fermentier buch mit ich glaube das ist von zwei amerikanern geschrieben also ihr buch das habe ich jetzt ja nicht ist ja klar ist ja ihr buch und das erste glas gurken was wir eingelegt hatten war also ein rezept aus dem anderen buch das waren knoblauchgurken in salzlake war lecker habe ich schon aufgegessen die restlake habe ich behalten denn die dame hier diese hier die schreibt dass man die restlake aufbewahren muss und da ist auch ein rezept drin für süßsäure gurken für das man dann die so einen schuss restlake benötigt und am donnerstag habe ich die angesetzt also ist schon das zweite mal dass ich die angesetzt habe weil es beim ersten mal so gut funktioniert hat und auch so lecker ist also die lake besteht eigentlich aus ahornsirup zitronensaft und restlake und wenn es noch nicht reicht kann man noch mit wasser auffüllen musste ich auch machen denn großes glas ziemlich voll ihr seht gurken und zwiebeln und senfkörner und ansonsten alles mit der lake bedeckt obendrauf schwimmt ein ein kirschblatt habe ich bei meinem nachbarn geklaut ein blatt vom kirschbaum nebenan und wenn ich heute abend koste denn das sind jetzt drei tage um und ihr seht das hat schon gut fermentiert da sind schon überall blubber bläschen dann werde ich dann gewicht drauflegen das alles schön unter der lake ist und dann mal gucken ob ich nicht noch einen tag länger fermentieren lasse damit es noch ein bisschen saurer wird weil das erste glas habe ich genau nach anleitung gemacht nach drei tagen im kühlschrank und jetzt vor kurzem erst gekostet schmeckt lecker aber es könnte noch ein bisschen saurer sein und deshalb koste ich das bevor ich den kühlschrank stelle um dann mal zu wissen ob mir die säure schon reicht und ob schon ins kühlschrank gehört ja mein kühlschrank ist schon voll ich habe noch ein glas von diesen knoblauchgurken noch mal später angestellt das ist im kühlschrank dann das erste glas mit guten dieser art was habe ich noch drin man gold stangen habe ich eingelegt nach indischer art und welche indischen und das zimt mit drin und so ich habe gekostet und naja so ganz mein geschmack ist es nicht aber wer weiß wofür man es verwenden kann und das kommt ja immer auf das gemischt dann an also pur kann ich das nicht empfehlen aber womöglich mal zu irgendeinem gericht dazu wird es sicherlich sehr lecker sein ja und dann hatte ich ja weiß ich gar nicht hatte ich erzählt wie viele verschiedene tomatensorten ich ausgesät hatte ich habe ja die mischung alte tomatensorten da gibt es zum beispiel so eine schöne gestreifte und die sind auch total lecker also so eine ganz normal große tomate nur dass die hier so streifen hat oder ein bisschen kleiner weil ich weiß ich auch nicht die ist mir einfach mit abgefallen dass ich die große geerntet habe so und dann habe ich ja die paprikaförmigen auch aus der mischung alte tomatensorten das ist also eine tomate man wird es kaum glauben wenn man das so sieht aber es ist eine tomate habe ich noch nicht gekostet habe ich gestern geerntet hier ist meine ernte von gestern ja so ein beutelchen voll und da seht ihr auch diese mini tomaten diese ganz normalen busch tomaten da hatte ich ja im letzten jahr eine pflanze von pflanzen kölle mir gekauft bio tomaten ich möchte am liebsten eine vernaschen hier und die war so lecker dass ich mir da die samen abgenommen habe und habe ich wieder diese tomaten die sind voll lecker und was ich gar nicht erwartet hatte ist diese sorte hier die ist so ein bisschen lila und die wird auch nicht größer also mal im vergleich zu dieser ich würde mal sagen fast normal großen ziemlich klein dass er passt ja auch gut mit in die gläser rein und die ist süß die schmeckt lecker leider mischung alte sorten weiß ich nicht was das ist aber es ist lecker ja vielleicht daher tomaten wie ich erfahren habe sich vorwiegend selbst befruchten und eine fremdbefruchtung fast nicht stattfindet kann ich ja vielleicht dann mir von denen hier zumindest wieder ein paar samen abnehmen denn die sind so süß aber jetzt nach dem regen platzen die leider auch hier also gut dass man die sowieso ein bisschen an platzen muss um die dann zu fermentieren und da habe ich hier mal ein glas was ich schon weiß ich was eine woche bestimmt im kühlschrank habe das ist also tomate mit knoblauch und dill und ich habe gestern eine gekostet also der tomaten geschmack verändert sich glaube ich nur sofern dass er halt also für mich diesen dill geschmack angenommen hat ein laubeerblatt ist auch noch mit drin sehe ich gerade hier hier ist das laubeerblatt obendrauf habe ich eine tüte mit gewichten ich habe da von meinem puppengeschirr einfach zwei teller in einer plastiktüte gemacht also in gefrierbeute und als gewicht obendrauf gelegt weil ich keine ordentlichen gewichte habe aber ja bis jetzt ist nichts geschimmelt ist auch nichts obendrauf ist alles gut und ich wie gesagt gestern habe ich eine tomate gekostet also der tomatengeschmack ist unverkennbar da und schmeckt sehr stark nach dill den knoblauch habe ich nicht so geschmeckt kann aber damit zusammenhängen dass ich schon quali gegessen hat an dem knoblauch war und deshalb der knoblauch geschmack jetzt nicht so vorkam aber die tomate die ja wie soll ich beschreiben die prickelt so ein bisschen so als werder kohlensäure jetzt drin oder sowas also super teil und dann habe ich gefunden was ich gefunden ich gucke mir regelmäßig die videos von wurzelwerk an ich habe ja damals auch den blog abonniert oder gelesen oder wie man das nennt und die marie von wurzelwerk die macht jetzt auch videos und die hatte ein paar rezepte für fermentierte tomaten und leider hatte ich nur 75 weshalb ich also nicht alle vier varianten ausprobieren konnte sondern ich glaube ich habe noch mal diese gemacht und dann zwei von ihr mit basilikum und knoblauch und tomaten und dann mit chili schote und thymian und tomaten und die chili schoten die sind scharf also ja die sieht so harmlos aus und so schön aber die ist ganz schön scharf die ist auch aus der mischung ich weiß gar nicht ob die aus der mischung chili con carne ist oder aus der mischung verschiedene chili sorten da habe ich demnächst noch mehrere die hatte ich im gewächshaus deshalb ist die schon so schön reif die anderen sind noch alle grün die draußen sind aber ich nehme an dass die dann auch demnächst ein bisschen farbe kriegen werden so dass ich die auch ernten kann ja so sieht es aus mein garten experiment sage ich mal ist voll geglückt ich habe also für den winter jetzt so viel gurken schon eingelegt dass ich ein paar monate über die runden komme ich hoffe die halten sich auch so lange im kühlschrank in meinem buch war das in dem buch oder in der ferment akademie irgendwo habe ich etwas gehört gesehen gelesen ich weiß es nicht mehr so genau die quelle kann ich euch nicht sagen dass sich das gemüse so lange hält bis man es aufgegessen hat wenn es nicht vorher verdirbt ja also es hält so lange wie es hält um mal wieder mit einer tautologie ja aufzutrumpfen ja tomaten und gurken habe ich jetzt verarbeitet für salat gurken hatte ich jetzt leider kein rezept zum fermentieren ich habe dann zwar noch eins bei pinterest irgendwo gesehen aber dann hatte ich keine salat gurken mehr und die die ich jetzt noch habe die traue ich mich nicht irgendwie haltbar zu machen die sehen irgendwie so aus als sollten die in ganz schnell aufgegessen werden den ersten kürbis habe ich auch schon geerntet einen hokkaido kürbis der lag mir da ständig vor den füßen rum und er war auch schon reif und den habe ich jetzt auch schon abgenommen und mit nach oben gebracht vielleicht gibt es nächste wochen kürbis auflaufen mal sehen was ich damit mache es sind noch genügend kürbisse dran also mein hügelbeet auch ein voller erfolg irgendwann zeige ich euch meinen garten auch noch mal aber heute wollte ich nur von der ernte berichten und das war es jetzt auch man sieht sich wenn man sich sieht und bis dahin tschüss